Willkommen zu... Hallo, hallo, Leute! Wie die sind glücksschrei? Äh, da kommt übrigens noch einer. Ah, merke ich auch! Ich hab ein Herz im Inventar, das kann ich später für Herzkanister verwenden. Die kennst du, oder? Ja, dann bekommt man extra Herz. Genau. Alter, ey. Wir sind einfach für Sieben. Ja. Noch ein bisschen runterbauen und schon sind die... Töte mal, Töte mal. Ah, Leute! Dixer! Man sieht die echt schlecht hier, ne? Ja. Ich freue mich schon, wenn wir wieder hochgehen. Komm mal bitte hin. Komm mal bitte hin. Ja, fuck. Der Rückweg, die hab ich ja ganz vergessen. Ne, da ist ja noch das andere Dungeon. Oh, ich glaube, wir sind ganz unten. Ja, meine ich ja. Da hinten sind noch Spawner von denen. Oh, wo bist du? Nikas, so bist du? Ja, ja. Ich hab einfach... Während die... Nehmen den... Hilfe! Wo bist du? Hier hinter dir. Hinter dir. So, da. Oh, ah, Freunde. Wie die Kleiner so ankommen. Einfach in das Heiler. Für den Heiler. Für den Heiler. Für den Heiler. Stört. Heiler. Die fliegen immer so. Ich weiß. Und dann sterben sie, ey. Die spawnen voll spät. Ey, wenn die kommt, ist irgendwie so ein richtiges Bossmann. So, Entschuldigung. Ich dachte gerade, das kommt zum Bossmann zertötet mich. Das sieht echt aus wie im Bossmann zu hier gleich weiter. Hinterher. Ey, da ist wieder der Eingang zu dieser Festung. Mal wie das Ding ist. Zu diesem Stein denk. Wir holen uns einfach nur noch Essen, weißt du? Einfach wir sind ganz unten und kriegen Essen in den Kisten. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nein, nein, das ist locker eine Falle. Warte. Ich habe das gesehen. Ja, das ist ein Druckplatten. Warte kurz. Abbauen. Warte, warte mal. Hier ist ein Knopf. Jetzt drück dir mal. Passiert nix. Okay, bau die Druckplatte schon mal ab. Ich guck mal, ob wir hier noch mehr Freunde haben. Aber, ne, zu viel Lava. Ich glaube, jetzt sollten wir aufpassen, Niklas. Okay, Achtung, T, T, weg, 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 weg. Alter. Scheiße. Warte, Achtung. Der habe ich eben schon gedrückt. Bau ihn ab, bau ihn ab. Gehst du bitte vor, du hast was besseres Schwert. Achte auf den Boden. Nur sneaken. Ich mach mal hinter uns dicht, okay? Bist du damit einverstanden, dass ich hinter uns zumache? Aber nicht, wenn wir wieder raus müssen. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Hier sind solche Dinger. Bau die mal. Warte mal. Kannst du auch mit dem Schwerter bauen. Danke für die Kolben. Hier ist Redstone. Ich will der Reststone ganz ehrlich gesagt nicht abbauen. Da sind wieder Knöpfe und eine Druckplatte. Bau die ab. Habe ich. Gut. Alter Scheiße. Die ist eine Sackgasse. Knöpfe. Knöpfe nicht drücken. Ja, bau die ab, bau die ab. Die ist eine Sackgasse? Ja, ich ist eine Sackgasse. Bau die Knöpfe schon mal ab. Geht durch, geht durch. Ist mir scheißegal, wenn ich sterbe. Geht durch. Ich würde sagen. Das war mit dem Dungeon, Leute. Weg, 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 weg. Das war mit dem Dungeon, Leute. Hier ist nichts mehr. Alter, jetzt hat sich hier nichts mehr. Jetzt müssen wir wieder nach oben rennen. Warte, da war doch noch ein anderer Eingang. Warte, warte, warte. Ne, ich hab noch was gesehen gerade. Guck mal mit. Ne, das hab ich mich gerade eingebaut. Wegen dem Redstone war das. Ne, Redstone Schaltung. Ne, ja, deswegen. Das war mit meiner Druckplatte. So. Dann geht das dann wieder Boden. Okay. Ach, hallo Freunde. Lange nicht gesehen. Na gut, lass wieder hoch, ne? Ja, viel Spaß dabei. Pass auf den Boden auf. Paradies für einen Flugstoff. Ne, ne, die ist ja nichts mehr. Ganz ehrlich. Wir hatten doch schon mal einen anderen Eingang zu diesem komischen Ding. Da sollten wir gleich wieder eingehen. Da sehe ich eine Textur vom Enderman. Ja, sehe ich auch. Ne, eine Textur. Ich bin ein Expert hier. Ich muss das so aussprechen. Hallo mein Freund. Ja, er kann sich die Änderung ändern. Jetzt auch weiter. Ich hab ein Enderperle. 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 Ich hab eine Freundin, den ich grad hörte. Ich bin jetzt auch schon drin. Und? Ich sortier einmal kurz weiter. Was will ich mit dem Knopf? Okay. Hier geht's runter. Wollen wir runter oder gerade durch? Ne, lass mal runter gehen. Das schlimmste zuerst. Okay. Ich geh an der Seite runter. Oh mein Gott, ich war einfach mega Respekt davor. Bist du unten? Ja. Hallo, hallo. Warte, pass auf. Guck auf den Boden. Guck auf den Boden. Alter. Eine Glowstone. Warte, ich geh vor. Das, das sieht creepy aus trotzdem. Lass mich einfach. Hier sind Betten. Ey, wir, wir pennen hier drin. Wir pennen hier drin. Okay. Es ist Nacht. Ey, komm mal auf. Das gelettet hab ich grad erschrocken. Wir bauen die Betten ab. Da können wir die immer setzen uns hin. Warte, ich hab nicht. Ich hab ein Bett. Ich hab zwei Betten. Komm ich. Hier sind noch mehr Betten. Da ist ein Blumentöpfe. Hier, lass mal hier lang. Hier, komm. Oh, das gelettet. Meine Frag ist immer voll. Ah, komm, hier ist einfach so ein Königssaal. Wo ist der Königssaal? Wo bist du? Hier, bist hochgegangen? Nein, hier, hier, hier. Hä? Warte, okay, rein. Rein in Königssaal. Ne, warte, hier ist bald nix. Geh hier mal hoch. Hier ist nix. Ich, ich, ich gerne eine Seite hoch. Pass auf, den Boden auf. Quatsch. Das sind Treppen, da kann ich... Oh. Was? Ey, wir haben eine Ender-Festung gefunden. Hier ist das End. Alles okay. Wir haben einfach eine normale Festung gefunden. Und hier kämpfen grad Walker. Hier Leute, hier sind Zwerge, die gegen Endermänner kämpfen. Was? Ach du nicht reingehen? Nein, ich mach das. Mach das. Mach ich nicht. Boah, laut. Alter, hier ist alles mal mit Zwergen. Aber hier ist auch viel von nichts. Nein! Das ist... Hab ich schon direkt. Okay, komm wieder rein. Ja. Die haben auf jeden Fall eine Diamantrüstung und so. Nein, es ist ein Rüstung. Ähm, du musst jetzt dabei unbedingt noch White List machen. Wieso? Ich zeig die ganze Zeit, die IP. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Moment noch nicht. Also komm, hier ist das End, Junge. Die können einfach an den End gehen. Warte, ich mach mir einen Punkt ein, hier. Mit C ging das irgendwie, ne? Nee, einfach aufklicken. Okay. Wenn du Endrucks wegen der Map, okay. Damit wäre schon mal die Frage, wie typisch das hier ist geklärt. Hier sind die Küsten drin, glaub ich, oder? Hier sind Öfen. Ja, Öfen, okay. Oh, in den Öfen ist Kohle drin. Echt, bei einem war grad keine Kohle drin. Ey Leute, hier ist ein Haus, hier ist ein, hier ist ein Haus und hier ist ein Kollege. Komm zurück, komm zurück, wo bist du? Nee, nee, hier ist nur so ein schwacher Zwerg. Ach nein, bin bei dir. Gemälde anbauen. Letrusen, Goldäpfel! Tut ihn, tut ihn, ich hab kaum noch Leben. Okay. Echt jetzt? Achtung, Marc. Pass auf. Guck hin und seh die Magic. Ach, schade. Warte kurz, guck mal, ich hab nen Giftstab. Damit kann ich jetzt Gegner vergiften, Niklas. Warte, ich schau mal was ins Backpack wieder. Ich geb dir auch mal nen Backpack. Komm mal her. Oh ja, danke. Dann muss ich jetzt mein Inventar nicht mal so vollgemüllt. Könnte sein, dass das das ist, wo ich schon mal was eingetan habe. Ah ne, das hab ich ja aufgesetzt. Ähm, wie öffne ich den jetzt nen Backpack? Rechtsklick einfach, wenn er im Inventar ist. So, okay, ich hab den in diesen Backpack dort reingemacht. Hm. Ach so, rechtsklick wenn er, ja okay. Klingt logisch. Oh. Das volle Inventar. Aber schön entleeren. So, und weiter geht's. Oh, hol, jetzt leg ich hier die Bilder, danke die Klaus. Was weiß ich, wenn ich den Rucksack in den Rucksack ane, ne, ne, das geht jetzt nicht. Das haben schon so viele versucht vor dir. Hier ist echt jetzt. Ja. Ich hatte, ich zum Beispiel. Okay. Ah, hier ist nur Mühe. Hier, jetzt hab ich mal einen mit Kohle. Lol. What the fuck? Komm her, das ist echt creepy hier. Hahaha. Oh Mann, Alter. Wo sind wir. Achtung, Falle. Wundertpro. Jo, okay, dann gehen wir nicht lang. Ich glaube wir sind einfach in der normalen Enderfestung. Ich glaube, wir können wieder hochgehen, das ist einbrachlos. Jo, wäre einfach mal das End entdeckt. Geil. Alter Das war aber Das war einfach Hexen, ey Ich dachte gerade Der rote Boden wäre Lava, ne? Echt? Ey, hier ist eine Kiste drin Echt? Ja Und was ist da drin? Kobold, Ingot Und was anderes Kohle Mathe Blastone Ah, ne, ist hier dunkel drin Oh, Mann Ja, komm einfach wieder hoch Dann gehen wir den Gang Nach gerade durch Nach gerade, okay Ach, stimmt ja Es geht ja noch weiter Ja Wir sind auch nicht durch Okay Weiter geht's Spawner Scheint auf jeden Fall hier keine Fallen Creeper, Creeper, Creeper Okay, wir wissen, die Druckplatte kann uns nix Die Creeper sind nämlich direkt draufgetreten Und hier ist das was Nein Leute, hier geht's Ja Ah, doch Creeper, Creeper, Creeper Oh, und Zwerge Oh, lol Tau, die Fans, Tau, die Fans, Tau, die Fans Ach, doch noch einmal die Rastung What the fuck Ich geh hier ab Alter, warum sind sie so eine gute Rüstung Da ist einer, da hängt einer an der Wand Entschuldigung Warte, schlag du mal die zu den, die kommen Alter Hier ist einfach eine Festung Hier ist einfach, das ist schon mal so heftig Warte, ich guck einmal, die kommen wir zulande Creeper, Creeper Du machst das da unten, ne? Ich hab hier gerade einen Raum mit einer Kiste gefunden Ja, warte, ich komm zu dir Essen, essen Super versteckt Boah, Alter, ich lieb das Projekt jetzt schon Ich auch Okay, wir haben fast alle Da hinten ist auch so ein, jetzt kommt hier so ein König Oh, wir haben fast alle, ja Ja, ist ein Slyme, mein Baby Slyme Ey, Junge Junge Achso, lol Die sind Bei mir ist ein Grafikbuck Hier, da kommen wir echt die Treppe runter Komm, komm Niklas Niklas Oh Oh, nein 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 Ah Entschuldigung Blockschlagen, immer Blockhütten Komm her, komm her Warte, ich mach hier die Fans Warte, schieß, schieß, schieß Boom, boom Alter Fuck Blockschlagen, ne? Blockhütten Warum? Weil du gar nicht so viel Schaden bekommst Warte, ich mach hier Den Ich mach hier 1 auf 300 Okay Oh Mann, Alter Aua Ah Ja, wohl easy Ey, aber ich geh dir mal zwei Goldäpfel Könnte vielleicht ganz nützlich sein Nee Nee, ich nicht Hier kotzum kurz zu zweit Ich hab nämlich gerade einen Gartig-Buck, den hab ich immer noch, dass ich hier durch die Gäse gesehen konnte, hab aber gesehen Ey, aber wie geht es erstmal hier Äh, das ist klar Oh Oh Herz Maul Ne, warte, sollten wir nicht erstmal leben Hier oben ist nix, hier oben ist nix Können gehen wir jetzt den Gang da links rein Warte, ich hab nen Giftstab, sollt ihr euch vielleicht vor? Willkommen in Tors heilen, ey Was ist das denn für ein riesen Ding? Ja, nen Giftstab Mit dem kann ich die Gegner vergiften, wenn ich richtig auf sie mache Okay Ich glaub hier ist wieder nix, das ist genauso wie eben Oh Leute Hier ist ein Spawner Spawner safe abgebaut Ich glaub ein Enderman Ja, das heißt es, Leute Ey, geh mal, lass mich vorgehen, lass mich vorgehen, ich verkifte die Quatsch Ach, quatsch So ein Noob ist das Äh Mach mal Ja, hab ich gerade gemacht Wieso? Oh fuck Was ist denn? Weil mein Schwert gerade kaputt gegangen ist Alter, hast du noch? Ich kann mal noch ein neues machen, ja, ja Ja gut, dann mach, dann mach, ich geh schon mal rein Hier geht's wieder nach oben, wie, das ist genauso ein Gang wie eben Okay Das heißt Ey, wir sind ja wie so ein Keller von der Burg oder so Jo, das wäre richtig geil Aber das ist ne Falle, das ist ne Falle Ja, warte Lass mich Lass zusammen reingehen Ja, ja, ich stehe hier oben Wie wär's mit Goldapfel essen? Warte, ich bin noch am Craft, ich habe gerade einen Diamant und ein Eisen Giant Sword gemacht Okay, ich hab schon die ganze Zeit in dir Äh, ich hab auch das Eisen außer singen Äh, also ich weiß jetzt schon mal Gold Das war extraherzenschaden, nämlich nicht Hey, Leute, die bringen hier nix, hier kriegt man kein extraherzen Neiiiin, falsche Minecraft-Version Okay, dann ist das wohl keine Falle hier Aber die Bibliotheken sind normal in Endfestungen Ich geh da, geh die Leiter hoch Leute, geh hoch Ich bau hier noch ab Oh Äh, Niklas, alles okay da oben? Alles okay da oben Alter Ich hab jetzt über zwei Sexbücher, komm, komm, komm hoch Komm hoch und guck in diese epische Kiste hier Alter Ich würde sagen, ich hab das auch nen Bogen Aber die Russen muss nicht so gut, die Russen müssen beide Du kannst die Plate Leggings da, kannst du nehmen, halt seine Hose kaputt geht hier Aber die beiden Sachen hier sind Bullshit Aber die brauchen wir trotzdem, weil ich möchte gerne so, wo alle Russen so aufgebaut sind Okay Ja, dann nimm mit Ja, äh, für die, äh, wir Für die Leute, die es nicht wissen, keiner kann das wissen Ey, wir wollen zusammen ein Haus bauen Ja, ja, ja Ja, ja Ist gerade hell geworden, okay Ja, wie? Back oder so So, dass ich nicht vorgehen mit einem Giftstoff? Ah, quatsch! Quatsch! Quatsch, das wird schon dürfte Alter, das ist so nach Fall Niklas Hat hier gerade was ausgelöst? Ich nicht Ihr löst hier beide die ganze Zeit was aus Man ist schon wieder oben Warte, ich hab ihn da hinten vergiftet, den Zwerg Die ist eher in der Redstone-Schaltung aktiv Ja, sollt ihr auch sagen, welche? Nee Pass auf Okay, ja, okay, die Dokument hier ist nicht schlimm Ich bin froh, dass du mich nicht vergiftest, ne? Der Knopf ist auch nicht schlimm, denn dann lass mal durch hier Jetzt hört man so Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Guck, geil Alter Das nennt man mal ein Empfangskomitee So kleine Assessinien, ne? Ach ne, hier geht's Also, hier lebt noch Doppelküster Hier ist ein Steinwerk mit Schärfe 1 und nicht ein DIAHELM Protection 2 meiner Nein Dafür kriegst du jetzt den hier Ist der besser? Ja, er ist genauso wie ein DIAHELM Das sieht geil aus Naja, immerhin Deswegen hab ich ebenso wenig Feierschaden bekommen Du hast ja gebrannt Ich würd sagen, hier waren wir schonmal Nein, nein, das ist der Hauptzombie Weiß, was ich für ne Befürchtung hab? Dass wir mal nach oben gehen könnten, denn draußen sind Ne Wär schön gewesen Die haben nicht so ihre Schlumpel Was ist? Warte, fuck Ne Blümdrücke Komm, wir gehen jetzt hier Dann gehen wir halt den Weg, den wir sozusagen gekommen wären Hier ist wieder so nach oben Ja, und dann können wir wieder Wir sind ja auch einmal so nach unten gegangen, deswegen Ne, dann können wir wieder den Mittelgang gehen Das ist jetzt hier was ganz anderes wieder Stimmt, Alter Wir sind hier ganz woanders Ja, hier sind wir in Spawner Ich glaub, wir finden hier nie wieder raus Oh, Creeper Ich dachte grad hier in Teele Ey, beim letzten Mal ist es auch ein Creeper Dann kann genau der Stelle kaputt gehen Ah, hier ist ja genau dasselbe Los ist das dann? Ich will sagen, nein, oder? So richtig Doch Doch Ist doch egal Ich verwirrend die Leute, in denen wir zwar mal gleich ein Dungeon sind Alter Der ist richtig stark Ja Ist so okay, Mark Ja, genau Guck mal, wie viel der Herz ich bitte noch hab Der hat mich einmal geboxt Glaub ich Haha Ich hab' ich auf meinen 50 Äpfel aus dem Rucksack Ok, weiter geht's Ok, weiter geht's Komm, Go Go Power Rangers Go Go Achtung, Creeper, ich vergift ihn Ja, komm, Go Go Ja, Go Go Ja, Go Go Achtung, das ist ein richtig Glitzwerger Ich hab' mich vergiftet Ich hab' mich vergiftet Ich bin vergiftet Ich hab' ich richtig vergiftet, ey Anik Das ist ein Eisengolem Wo Warte Wo Warte Ich kämpfe gerade auch gegen zum äh Mit den Eisengolem Wurden Warum nicht? Wo ist er denn? Ihr kommt Warte kurz Ja, okay, komm Das ist riesig Das ist ein Boss, das ist ein Boss Wo bist du? Ja, Hilfe, ja, ja hinter dir Ja, das ist ein Boss, der hat tausend Leben Der ist so heftig Die sind, glaube ich Bist du sicher? Ja, lass mal hier ein Bett aufbauen Jo, gute Idee Ich kann nicht vergiften Clip up Können wir schlafen? Äh, ne, es ist ein Monster in der Nähe, okay, ich würde sagen In der nächsten Folge gibt's ein Bosskampf, Leute Bis dahin, töd 2 4 4 5 5 6 5